Guten Tag, meine saugnapfstarken Freunde! Heute schauen wir uns die 13. bis 17. Qualifikation an. Wie ihr in den News erfahren habt, ist unser allerliebling gelber Gumball von einem grünen Fisch ermordet worden. Daher ist Disrespect sein Kamerade der Ersatzmann für ihn. Die 13. Qualifikation war Lil Mark. Und nun ja, es ist Lil Mark. Jeder mag Lil Mark. Nur die App-Clips waren etwas seltsam gesetzt. Und meine Sekretärin hat mir dieses fantastische Video nur auf 360p hochgeladen. Dumme Nutte. Die 14. Qualifikation war der Kroketten-Karl. Ich denke mal, dass dieser Kommentar es ganz gut beschreibt. Bin auch überhaupt kein Fan von seiner Hook. Die 15. Qualifikation war der Almaninator. Insgesamt sehr unterhaltsam. Die 16. Qualifikation war der Werte M&M's King. Ich mag den Beat. Ich mag auch das Konzept seines Videos, dass es quasi wie von Rich Brian History oder Mauli Licht immer so einen Clips hat, halt nur mit den M&M's Commercials. Die 17. Qualifikation ist der gute Disrespect. Fand ich sehr geil, aber mir fehlen die Reime. Simonas ist heiß.